Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Professor Doktor Nox ist mein Name. Stellen Sie sich immer so vor. Ich bin Robin, der Pfleger. Ich habe hier noch eine Beruhigungstablette für Sie. Hat deine Freundin auch so ein Wirkreisproblem? Nee, die macht sich nicht so viel aus Moralsex. Als Scheidungskind wünsche ich mir, wie fast alle Scheidungskinder, meine Eltern wieder zusammen. Ich werde immer bei dir bleiben, auch wenn ich dich nicht liebe. Das musst du sein, wenn man Kinder hat. Es ist alles gut gelaufen. Sind meine Eltern gekommen? Nein. Dann werde ich mal verrückt. In ein paar Jahren, keiner weiß warum. Ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Könntest du meine Wunde fotografieren? Ich wünsche dir, dass wenn du meine Tochter hast, dass sie dir genauso zu schaffen macht, wie du mir. Wenn Sie Tipps für die Erziehung brauchen, dann helfen wir Ihnen gerne. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen. Kann ich mich nicht ja immer besser machen. Bitte kommen Sie mir hier. Komm und bist mir da. Untertitelung des ZDF, 2020